ich muss jetzt von der arbeit ja ja ich habe sind wundervor mei ruf boy Nee, das ist eine Regenbogenschnecke. Schlaufe dem hinterher. Ist aber gut, dass ich halt einfach drauf... Hey, warum hab ich nicht einfach drauf gehauen? Ach, nö. Nö, nö. Nö, da geh ich nicht hin. Ein Hund. Weg mit euch. Hab kein Chappi. Aber ich krieg doch bestimmt einen Schlag, wenn ich jetzt an ihm stehen bleibe. Oder er dreht sich um, bevor ich da bin. Oder es geht einfach nicht. Das ist auch cool. Ich hab ne Lampe. Ich setz die auch einfach ein. Ja, okay. Jetzt wollte ich eigentlich ausweichen. Hat nicht funktioniert. Aber ich will jetzt nicht sterben. So. Kann ich hier hoch? Das funktioniert. Das ist doch scheiße. Alter, jetzt bringe ich hier alles durcheinander. Ganz furchtbar. Aber der war nice. Müsste mir öfter gelingen, dann wäre sein Axt ganz schnell gut. So. Aua. Oh Gott. Das hat mich aber schrocken durch. Warum ist der da? Mit der. Die anderen Puppen mochten den aber auch nicht. Wo komme ich denn eigentlich? Ach so. Ach, stimmt. Ja, ja. Nee, doch. Das ist der komische Kacke werfe. So, dass der heruntergefallen ist. Ja, das. Als ob der nicht runtergefallen ist. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Leider gibt es halt nicht mehr so ein Ragdoll wie in anderen Spielen. Wo man die mitnehmen konnte. Können sie die Beine wieder zumachen? Hallo, wir machen hier nicht so eine Art von Sachen. Gehen sie bitte weg. Okay. Dann gehe ich halt weg. Boah, ich habe so keinen Bock gegen den Polizisten zu kämpfen. Ich habe Full Life. Ich habe einen linken Arm. Das war es eigentlich generell schon. Mehr habe ich nicht. Natürlich, also ich kann es finden. Aber ich habe safe vergessen, wie ich wieder herkomme. Wo soll ich mir das Baby hinstecken? Ich komme halt her. Das belastet jetzt. Wo ist denn eigentlich das hier, wenn ich das mache und das? Ah, dann mache ich automatisch den Block. Okay, ist ja super. Ich bin trotzdem tot. Naja, aber es hat ja funktioniert. Warum, ich bin tot. Naja, jetzt nicht. Mann, jetzt wollte ich nicht ausweichen. Schön. Warum kann mein Gehirn das nicht? Der ist rot. Einfach weg. Jetzt wird er mir aber zu aggressiv, der Typ. Ja, natürlich macht er jetzt einen auf den hier. Egal, er ist rot. Es juckt. Jetzt sieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut, Blut, Blut. Hübscher Kokon. Blauer Engel. Freutiger Appetit. Blauer Tod. Was für ein Festmahl. Tod. Tod. Und Tod. Ich lebe. Es juckt. Danke für diese lyrische... Das hat mein Leben bereichert. Die mit ihrem Schwert gehen mir auch im Keks, ne? Weil die nämlich selber blocken jetzt, die Penner. Ist das die Brücke? Mit Geh, Peddo? Ich hab keine Zeit. Tschüss. Ich meine, man kann sich... Warte mal, kommt der wirklich nicht nach? Doch, der kommt auch noch her, ey. Äh, wo... Okay. Immerhin das. Boah, ich glaub, in der Demo hatte ich das. Da sind die wirklich bis hier reingekommen. Das war scheiße. Boah, ich glaub, man kann sich dem sogar... Kann man sich da anschleichen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, kann man nicht. Ja, Frenz. Ich hab da nichts gemacht. Ich geh ja einfach weg. Oh, jetzt muss ich mich erst mal an den gewöhnen, ne? Aber der haut ja auch immer nur drauf, der sack. Oh Gott, ey, der haut auch wirklich nur drauf. Das Schöne ist, man kann aber trotzdem hinter den kommen und den dann versuchen, von hinten schön, äh... Direktal zu untersuchen. Aua. Also, sowas blocken, da tue ich mich halt immer schwer, ne? Weil der auch so lange braucht, um auszuholen. Dann greift er übel schnell an. Dann macht er wieder das und dann macht er wieder dies. Das geht mir auf den Piss. Ah. Schlitz, Schlitz, mal Fugger. Oh, jetzt hab ich ja gar nicht reagiert. Läuft. Du bist, äh, blöd. Aber mal ganz blöd bist du. Ich hab's auch schon geschafft, seine Waffe kaputt zu machen. Aber... Insane schwierig, finde ich. Ich hasse das, wenn die mit so langen Waffen übelst lange ausholen. Und dann so ganz kurz. Also, man hat fest, ich hasse das einfach alles. So, du blöder Esel. Verpiss dich. Mach der Musikante, du Stadel, woanders. Aber nicht hier. Aber first try. Nice. Danke, danke. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Jetzt nur einfach mitnehmen können. Ja. Ich habe die Puppets entwickelt, nach allem. Ich sollte die Verantwortung nehmen, als der Macher. Aber in Ordnung für mich zu tun, ich muss die Puppets beschäftigen, in der City Hall. Willst du mir helfen? Sonne. Geh das. Du findest es wichtig. Alles über deine Erfahrungen. Aber jetzt ist ein guter Zeit. Warum? Use the stalker's key to open the bridge door. Then, get rid of the frenzied Puppets, that have seized City Hall. Mhm. We'll catch up. Hotel cry, when you're done. Okay, mehr da nicht zu sagen. Ah! Hatt mich durch hier. Mach auf. Hier kommt wieder ein neues Gebiet. Dann bedanke ich mich nämlich auch. Vielen Dank fürs Dasein. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schönes Wochenende. Wobei, ich werde morgen bestimmt nochmal live sein. Und... Ja, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.